Musik Weißt du noch, wie es war, auf der Bühne zu stehen? Und dem Publikum in die Augen zu sehen? Musik Weißt du noch, wie es war, gemeinsam zu lachen? Ja Das ist schon ziemlich lange her Weißt du noch, wie es war, wenn der Vorhang sich hebt? So ein Gefühl, als wenn die Erde sich dreht Weißt du noch, wie es war, gemeinsam zu lachen? Ja Das sieht langsam die Kohle aus, mir ist es schon ausgegangen Bei dir liegt das aber nicht an Corona, ne? Weißt du noch, unser Publikum hier im Saal? Ja, echte Menschen, ganz rum digital Weißt du noch, wie es war, diesen Traum mit Leben? Das ist schon viel zu lange her Das ist schon viel zu lange her Ja, meine Damen und Herren, am 2. Oktober geht's wieder los mit Ihnen, unserem Publikum. Und wir haben eine Menge vor. Im November gibt's eine Premiere. Deutschland in den Wechseljahren. Ich bin die Hauptrolle. Gespielt von mir. Und mich sehen Sie im neuen Jahr nachts im Bundestag. Jan, vergesst das Studio nicht. Die Zukunft ist kein Ponyhof. Und zwar mit mir. Ich bin das Pony. Bis dahin. Tschüss. Dosvidanie. Achso, Moment, ich mach doch noch das Kabarett der Comedians. Das ist der Comedy. Ja, Mann, das interessiert doch jetzt gar nicht mehr, oder? Das ist lustig. Naja. Das ist lustig. 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 Das ist lustig.